Hallo Leute, was geht ab? Hi! Servus, wir hatten euch! Ja, hallo! Wir sind bei Harte Boys, wie ihr seht. Oder wenn's geklafft hat, seht ihr zwei Ansichten. Genau, also ich schiff hier das was hoch. Äh, noch kleine Ansichten und so. Genau. Und euch einen Kampf geben. Weil's sind die, oder? Die haben grad Spaß am Kämpfen. Ja, wir wollen unsere Level verlieren. Oder eigentlich will ich Daniels Level gewinnen. Ja, genau. Nee, eher andersrum. Und ich baue ja immer... Ich frag mich nur grad, ob sie, ob sie 30 Schläge reichen. Zum Goldschwert, aber eigentlich schon, oder? Ja. Aber es ist dann ja einfach die Mega-Rüstung. Keine Rüstung. Hä? Keine Rüstung. Okay. Ja, und dann während des Kampfes, da geht dann die, also, Jahans Sicht wird dann groß und meine wird klein. Ich baue ja nur meinen Keller. Der ist nicht so wichtig. So, den Setzling packen wir da noch hin und dann geh ich wieder in den Keller runter. Dani, ich hab doch grad Zweck, Alter. Goldrüstung und... Ah, warte, ich muss noch einen Steg essen. Ein Steg. Steg. Mit E und G. S-T-E-G. Ein Steg. Steg. Haschengolzschwert, Dani? Nein. Für jeder zwei Goldschwerte. Falls es kaputt geht, oder was? Haha, jetzt geht's gleich los. Haha. Sorry. Da unten. Was ist? Drei, Dani. Ja. Volles Essen? Hä? Hä? Volles Essen? Ja. Was? Alter. Okay, dann bin ich los, oder? Ja, ihr könnt los. Okay. Ey, warte mal, ich kann Musik reinmachen. Kämpf mal noch nicht. Oder kämpft ihr? Nein, du... Ja! Alter, ein Schlag und ich wäre auch tot gewesen. Warum hast du Holz dabei? Nein. 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 Warum? Reinmachen. Kämpf mal noch nicht. Oder kämpft ihr? Nein, du... Ja! Reinmachen. Kämpf mal noch nicht. Nein, du... Ja! Ich hab vier Schwerter, wapp wapp wapp. Ich hab einfach nur 2 Level bekommen von dein 20. Ja, wenn du... Dude, hattest du niemals 20? Doch. Ich hatte 22. Wenn du verreckst, droppst du nicht arg viel. Okay. So, und jetzt? Oh, Mann. Schon verweil. Die Aufnahme... Ihr könnt ja nochmal kämpfen, damit sich deine Aufnahme auch lohnt. Okay. Ja, nein. Durch. Ich hab jetzt Level Plus gemacht. Hör lieber auf, bevor ich wieder... Alles verliere. Jetzt hab dann nämlich ich 22 Level. Bei Dani. Schön. Irgendwann müssen wir einfach mal so ein richtiges Turnier machen. Ah, die fickt dich! Ich wusste einfach, dass der jetzt kaum noch mich töten will. Mach mal, ich will dich umgedrehen. Ja, jetzt findet der Kampf halt außerhalb der Arena statt. Ja. Eindeutig. Ich geh schnell nach unten. Der Medaille, der mich runterkommt, stirbt noch. Machst du mal Wasser weg. Ja. Okay. Okay. Er hat einen Sitz und plötzlich so einen Block hin, dass er quasi nicht runterkommen kann. Ja. Und den Block kann er nicht abbauen, schnell. Und... Da reicht ihm die Luftblase dazu nicht. Einfach Obsidian hin. Ja. Obwohl, dann baut das Ding ab. Dann baut das Ding ab. Dann baut das mein Ding ab, mein Glas. Okay. Warte nur ja nie, komm gleich nur noch. Kann ich da nicht rüberkommen. Du! Sagst du jetzt noch als Freund? Oh du gleich stirbst und weißt. Dann wirst du nicht mehr sein Freund, dann äh dann. Nee, weil dann hab ich dein ganze Zeug und kriegst du nicht mehr. Ja, du bist eh nochmal. Das ist ein Alter. Ja, dann hab ich's auch. So. So. Jetzt reiß ich das hier mal ein. Ist es okay? Ja. So. Du? Oh. Ey, ich hab mein Inventar wieder satiert. Kannst du? Ja. Ich dann. Ey. Du brauchst gar nicht denken, dass du jetzt cool bist. Geht da, Ani. Warum denkst du dir sowas? Entschuldigung. Arschlochwahlen, weiß. Okay, das ist aber lieb von dir, dass du das zugibst. Ich weiß. Also noch ist hier kein Alfrodo in Sicht. Echt? Ab nur ab, mein Burschle. Oh, jetzt hab ich hier so wie Arschlochgleich. Weil ich befitte das gleich auf irgendwann alles an meine... Dresch. Achso. Dö? Wunde. Ja, das ist echt schlauer, Antoine. Okay. Fein. Achso, ich lieber noch auf. Ja. Leute. Geht. Ich werde fließendes Wasser. Bis hierher. Fick dich. Ey, du bist ja schon. Den Boden mache ich aus einem anderen. Fisch? Stein. Ja. Probier mal das aus, wie das aussieht. Probier mal das aus. Na, ist da ein Huhn? Warte mal. Warte mal. Da kämpft er da an. Ok das ist nicht so schön, ich nehme das andere. Das ist schöner. Gucken wir auch mal zwei Stecks wieder. Ah, ich hätte den Diorit gleich abbauen können wieder, ich dumm war's. Wenn das Diorit überhaupt ist, ja doch das ist Diorit. Oh Dani, was wird man auf dir? Nix rechts. Ja. Ja. Anni was machst du? Ich? Ach? Ich glaube zu dir. Ich glaube zu dir. Nein. Och. Warum macht ihr sowas? Ich weiß es auch nicht. Hoffentlich nicht. Ja, aber ich bin doch nicht bei dir. Wenn du zu mir leust. Es war los. Ja. 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 Wie weit ist das Wasser nochmal hoch gefloset? Ich fahr jetzt nach oben, was halten wir dann eigentlich runter, wenn ich oben aussteig? Was? Ach ne, gut. Zombie pick mir jetzt leider nochmal schlagen. Du tötest den einfach noch. Da haben wir halt neun ein. Da haben die hier angesteppt. Der Spenser. Wird schon lustig, wenn Daniel jetzt schon auf dem Weg ist, das ist neuer der Portal und ich grad gelogen hab. Ich hab ja schon längst draußen sitzen und Anflug gemacht hab. Hä? 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 Wie geht's, oder? Oh, jetzt lägts wieder. Ja, sorry. Ich bin doch im Nenner. Ich bin doch im Nenner. Bleib fertig. Das spielt richtig unfair, natürlich bessere Ausrüstung einfach. Oh, der arme Jan. Mannschaft oben stehen da, die spawnen trotzdem, Doppel. Ja, halt. Ja, okay. Alter, wie geht der trotzdem spawnen? Ich werde verdauerhaft stehen, Leute. Ich wollte nicht fahren, sonst wäre mir zu anstrengend. So, ich mach jetzt ein 3x3 Bereich. Wie der Dali nicht sagt. Hä? Wie der Dali nicht sagt, nur weil er konzentriert ist. Nein, bin ich konzentriert. Ja, der sagt auch nix, wenn er nicht konzentriert ist. Okay. 2x3 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 Ich möchte das eigentlich schon lange gelernt haben. 2x3 2x3 3x4 4x4 4x4 1x5 2x3 1x5 2x5 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 4x5 2x5 3x5 4x5 5x6 Ich bin jetzt Level 30, ich glaub ich mach mir jetzt ne Sektat Spitzhacke. Ja, mach's. Ah, jetzt noch ein coole Schwerter, Verbrennung, Verbrennung, Oh dick. Kick Ex kaputt, hab ich noch, ah ja, ah ja ja ja. Auch noch steinig. Darf ich noch mal meinen Wolf wieder mit. Zu wem? Zu mir. Gar nicht, ich hab 30 Level, gell? Ja. Und? Ahaha. 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 Äh. Hi Niko, was geht bei dir? Hallo. Hör auf. Hör auf. Warum fällst du vom High Place? Äh, ich bin einfach runtergesprungen. Warum machst du sowas? Dani, lefte, 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 lefte. Ja, Dani schlägt einfach alle meine Wölfe kaputt. Ja, wenn du mich schlägst. Du hast mich angegriffen, darum greifen die doch nicht an. Die greifen dich nicht an wegen mir. Was hab ich noch? Ich hab gar nichts gemacht. Oh, jetzt klemm alle Wölfe da drin. Kann ich wieder reinkommen? Nein. Und zerberschen die mich dann? Und zerberschen dich dann, weil ich kann sie nicht hinsetzen, weil die jetzt alle drin klemmen. Warte. Haha. Ich kann die da nicht raus holen gar nicht. Echt? Also... Ach fuhr. Das muss ja so nicht... Er ist welch rein gekommen. Warte? Oh, jetzt sind 30 Level weg. Anja, das machst du da. Ne. Aber ich bleib doch. Ich bin einfach runtergesprungen, glaube ich, auf den Slime und habe einfach Säge gedrückt. Ich wollte eigentlich an die Leiter, ich war vom Kopf, da war ich an der Leiter dran. Ich wollte da dranbleiben, aber irgendwie war ich da nicht. Glaube ich. Ja, super. Komisch. War ich das so? Ne, wenn du es nicht verstehst, ich verstehe es auch nicht. Ah, die Folge müssen wir jetzt auch beenden eigentlich. Warte kurz, ich will nur kurz was hier machen. Oh nein, das sieht man da jetzt einfach noch in... Oh nee. Was? Das sieht man da einfach auch noch im Video, ob ich gestorben bin. Oh nee. Aufgenommen. Wie dumm du bist. Ich komme mir gerade von vorne an. Natürlich. Natürlich. WTF, hier ging Griper hoch. Wo? Im Dorf. Hier ist einfach mal so ein riesen Loch. Was? Und von dem einen Hausbild auch. Ne Walmhaus. Hier. Wo ist hier? Im Dorf. Da wo die ganz viele kleine Häuser stehen. Echt. Weil jetzt Ortsangaben sind immer richtig hoch. Mhm. Wo sind wir denn wieder, wenn ich euch brauche? Heide, nein. Die ist. Ah ja, das war so glatt. Dat spiel. Ah, das war so glatt. Oh. Oh no. ich hab mein infant aber nur noch sieben level glaube ich kann die später noch nicht verzaubern aber schade okay ich glaube ich habe ein problem gelöst hier unten versteht mit deinem problem konfrontiert ich fahre lösen kann man noch ein bisschen xp hier ist dann die hühnerfrau dann geht da runter hier kam es natürlich was entwickelt auch noch mal schlagen wie macht man hier dran weil mir fällt gerade auf wenn wir da neun einsperren ist es scheiße weil der ja der namen und er hatte neue nicht ja dann holst du ein nametag wenn du den tötest ja darum zeig ich gerade wie machen wir so ein ding äh äh du musst einen schadenstank machen äh du machst ach du dir einfach sag was du dir geben musst ach der ist diamant du hast den gehut ich will schon einen schadenstank ins mund ne aber der pikman braucht vielleicht mal einen damit er nicht stirbt wo ne da wir müssen hier oben einfach eine giftung machen mit schneebellen doppeln ah vergiftungstank ist gut weil den muss er weiter brauen dann kriegt man einen schadenstank ach na 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 15 minuten eigentlich schon rum ja ich hab grad eben schon gesagt ich wollte mein problem mit dem keller lösen ach so ich wollte mein kleines levelproblem lösen ja wunderbar der da auch noch dann geh ich jetzt runter hol die level wenn du müde ich bin jetzt wieder level 20 level 20 ja bin der schön super äh äh ok seh nichts alter es sind so viel xp ich seh gar nichts mehr ernsthaft es sind grad so viel xp um mich herum ich seh nichts mehr dann läufts ja alter level 24 nein doch ich hab gar meine redstone schaltung zerstört ich dumm was ich hab grad einfach ein eimer wasser reingekippt gut ich kann mal Erfolg machen Erfolg Gold gold det gold weg ur im auf weg 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 ich hab recht ok ok aber ich muss den, einmal kann ich den Typ wieviel, nee, was hat denn so'n Zombie-Figment? ich denk mal 20 ok, dann kann ich nochmal einmal spielen ah ne, ich muss den ja gar nicht da wir sind ja noch aggressiv, auch nicht dann ist gut halt, die kommen da in Strömel runtergelaufen jo jo ja, mit schon 23 Minuten passt na? ja, mit schon 23 Minuten ja du musst das rendern, du kriegst ja ich meine Sicht auch noch dazu ja, ich weiß ich weiß nicht ich warst auch nicht treu äh, nö, aber so schlimm ist das jetzt auch nicht ich weiß schon, ich nicht warum soll man sich aufs Rendern freuen also ich freu mich aufs Rendern ja, ok im Rendern besser, wie für Arbeit weil im Rendern, keine Ahnung, geht's ja im Newton oder so bei mir ok ich werd schon gerendert bekommen ach scheiße, da ist ja noch ne Leiter ja und die Masse dahinten will ich noch die Fettmasse die Fettmasse dass die alle dahinten noch kommen und dann geh ich runter und bin zufrieden mit meinen Nebeln egal, da kommt einfach die Slime-Blocke egal, da kommt einfach die Slime-Blocke ich mag meinen Keller schon viel mehr so wie der jetzt aussieht hehehe ladung ha meine Ladung, die lass ich noch runter boarden einfach direkt bei mir sogar mittlerweile ich geh trotzdem doppel was geht ja, ich seh einfach die Mägel wie sie um mich ums boarden echt ok also kannst du einfach AFK oben hinstehen kurz für die Minuten da kannst du dann runter, dann hast du auch die Level Alter, die Zombies laufen jetzt einfach gar nicht mehr ich glaub unten liegt zufrieden jetzt, ich geh jetzt runter hehehe diesmal behalte ich meine 30 Level ich spring nicht einfach runter durch B hehehe mir ist jetzt zu langweilig, ich spring jetzt freilichs Luft in die äh, freilichs Haus in die Luft der batscht dich dann tot Alter, ich seh wieder nicht der kommt eh nicht der ist so gut ausgerüstet der haben wir aufsieht, alter alter ich hab so viel XVI Scheiße im Gesicht ich guck mich grad von draußen nach so lächst du einfach rumspielen ok, fertig 33 Level nice und ne so'n komisches Sieg da wieder so'n komisches Reiter so'n komisches Reiter gut Reiter aber er gefällt da wird wird Wert gegeben an 2 und Plünderung 1 das Plünderung nochmal damit du mehr Items bekommst und den Fächern das könnte ich eigentlich bei Kühen nutzen ja oh, kommt auf einmal so viel vertreibt's nicht ja Aunque ich äh, äh, äh wo is'm Lünderung? Lünderung, ne, brauche ich haltbarkeit drauf und das ist eine reitige das ist voll alles geht ziemlich schnell ich habe es bestellt und mit der geringe bleibt schwer zu machen über den Ganzen ernehmt wird bettet ja ja ich will meinen Keller halt weiter bauen, aber ich gehe jetzt sowieso aber guck mal, das Problem ist, man kommt jetzt nicht mehr aus meinem Keller raus zu den Hühnern der Zug, weil als runterfallen kann man noch war nicht mehr hoch, weil da wo die Leiter war, kommt... na warte mal ne warte mal kurz warte mal kurz ja ne, wir haben 30 Minuten auf, dann haben wir es doppelt echt ja, das geht schon ok, wenn man sich so bescheuert anstellt wie ich, dann kommt man nicht hoch so kommt man hoch aber so kommt man hier nicht vorbei aber so kommt man hier nicht vorbei ich glaube, das lädt jetzt erstmal wieder, bis ich aus dem Nether draußen bin ich kann da noch nicht fahren meiner Loge ah doch, ich glaube, jetzt geht's ja, jetzt geht's wieder έ ach egal, ich mach' die Leiter einfach weg na 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 ach wie so 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 bis jetzt geht es nicht ja ok gut dann haben wir jetzt mal auf oder also gut dann würde ich mal sagen bis zum nächsten mal also bis zur nächsten folge harte boys die dann nächsten samstag oder dienstag rauskommen ich glaube ich soll da noch ein gruß von freddy sagen aber ganz sicher was ist bis dahin bis zum nächsten mal Vielen Dank.